Guten Morgen Leute, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, doch heute gibt es ein Anlass für ein Video. Uns verholt sich ein Freund die Switch und die gehen wir jetzt zusammen holen. Der ist auch gerade da, der Niklas. Ich will gar nicht darauf eingehen, warum es in der letzten Zeit nicht so viele Videos gab. Das mache ich gleich in einem separaten Video. Ich kann nur sagen, dass ich echt Lust habe, wieder damit anzufangen und heute gehen wir nach Saturn, holen uns, also er holt sich die Switch, ich gewinne einfach nur dabei, sagen dir immer Hallo. Direkt am vloggen hier. Guten Morgen! Guten Morgen, das ist der Niklas. Das ist der Niklas von Webplay. Ihr kennt ihn noch von den Assassin's Creed Videos. Na ja. So, wir versuchen jetzt mal. Man sieht sich gleich. Wir sind in der Stadt angekommen, weil hier ist Saturn unseres Vertrauens. Yes. Aktuell haben wir schon am Release Day unsere Sachen, die wir brauchen. Genau, wir waren hier schon mal auf der FIFA. Für den Jungen hier. Ich bin immer hier der Kandidat für die Release Dates. Muss sein. Und ja, wir gucken mal, ob da noch Leute sind, wir wissen es halt nicht. Wir sind jetzt wirklich so... Wir haben jetzt glaube ich halb 10 und Saturn öffnet um 10. Sorry, dass es gerade so wackelt. Jo, da müssen wir mal... Die Leute aus Süßburg kennen das, die sind gerade im Forum. Wir sehen uns gleich. Jo Leute, wir haben die Switch jetzt bekommen. Hier sind noch mal Menschen, die da hingehen. Der Mann hier ist gesprintet. Beat you stay involved hier. Abkürzung genommen. Ich bin hinterher gejoggt. Mal gucken. Ich brauche ja keine. Ich bin hier nur als Support hier. Ja. Wir gehen jetzt zum Niklas. Er war zügig hinter mir her. Zügig, ja. Ich bin auch eigentlich mitgerannt. Das waren Leute, die ihr haben wollten. Die waren langsamer als du. Genau. Und... Da sind noch 8 Stück gewesen. Und hier waren echt mehr Menschen als ich dachte. Ja. Wir gehen jetzt zum Niklas. Und dort mache ich ein kleines Unboxing mit ihm zusammen. Und dann gucken wir mal in das Spiel rein, was er sich geholt hat. Und zwar... Keine Ahnung. Der Switch. Alles klar. Und... Ja. Wir sehen uns gleich, ne? Jo Leute, da haben wir die Switch vor uns liegen auf dem Tisch. Und der Niklas wird das jetzt, ähm, sich mal angucken, mal auspacken. Ich filme den einfach dabei. Richtig. So, auf geht's. Auf geht's. Hier zieht los. Schön die Lasche. Ähm, ja es gibt eigentlich genug Unboxings. Also wenn ihr wirklich technische Daten davon haben wollt, guckt am besten da vorbei. Wir sehen uns weiter. Leute, hey, hey, was willst du meine? Günter. Heute ist du gerade meine Ansage, ihr Clown. Jo, wir sind gerade auf dem Weg wieder zu mir nach Hause. Bester Fahrer hier. Hier am Rhein, keine Ahnung, ob das cool aussieht. Ist mir scheißegal. Fazit zur Konsole. Ich finde die echt cool. Ich überlege mir die zu hohen. Und ich überlege auch keine Let's Plays zu selber zu gucken. Da hat Niklas gerade gewählt, hast du mich das richtig... Das ist ein Struggle, Alter. Das ist ein Struggle. Das bin ich mega gehypt. Ja, keine Ahnung, finde die Konsole cool. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich werde da ein paar Sachen rausschneiden, weil so Unboxings hat man schon 10.000 Mal gesehen in besserer Qualität. Das muss nicht sein. Ich habe euch einfach mitgenommen. Und ich denke mal, dass bald wieder die Videos folgen. Morgen ist meine letzte Klausel für die Uni. Nein, eigentlich die vorletzte, aber Mathematik ist so die letzte, schwierige. Da habe ich nichts mehr zu machen. Ich bin zu Niklasen, Mann. Das lassen wir mal. Wenn Niklas kommt, dann bin ich mir hier aufs Wild als nicht Student hier. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Man sieht sich. Haut rein. Und ciao. 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 Ciao.